PayPal Stablecoin knackt eine Milliarde-Dollar-Marke. Der PYUSD Stablecoin von PayPal wird immer beliebter. Die Marktkapitalisierung von über eine Milliarde US-Dollar stellt eine Verdopplung des Gesamtangebots seit Juni dar. Nach einem langsamen Start legte der PayPal-Dollar infolge der Solana-Integration ordentlich zu. Kein Stablecoin wächst derzeit schneller. Die Aktivität der PYUSD-Nutzer stieg stark an. Mit der Expansion auf Solana Ende Mai erlangte der PayPal-Dollar neuen Auftrieb. In drei Monaten stieg das Angebot auf Solana von 0 auf 650 Millionen US-Dollar. Allein im letzten Monat wuchs PYUSD um 171% und ist damit aktuell der am schnellsten wachsende Stablecoin. Das Wachstum könnte zudem auf das zuletzt wieder gestiegene Interesse am Kryptomarkt zurückzuführen sein. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.